Guten Tag, mein Name ist Stefan Biene, ich bin Chorsänger am Anhaltischen Theater Dessau und auch ich möchte Ihnen heute eine kleine Geschichte aus dem Decameron von Giovanni Boccaccio vorlesen. Tag 6, vierte Geschichte Curado Gianfiliazzi war stets ein gar freigebiger und gastfreier adeliger Bürger, der ein ritterliches Leben führte und sich stets mit Hunden und Beizvögeln vergnügte. Als dieser nun eines Tages unfern von Peretola mit einem seiner Falken einen Kranich getötet und diesen jung und fett gefunden hatte, schickte er ihn seinem guten Koch, der Kikibio hieß und ein Venezianer war, und ließ ihm sagen, dass er ihn zum Abendessen braten und wohl zubereiten solle. Kikibio, der wie ein Bruder Leichtfuß aussah und auch wirklich einer war, rupfte den Kranich, steckte ihn an den Spieß und begann, ihn sorgsam zu braten. Fast war er schon gar und verbreitete einen prächtigen Wohlgeruch, als ein Dirnchen aus der Umgegend, das Brunetta hieß und in das Kikibio gewaltig verliebt war, in die Küche trat. Kaum roch sie den Duft des Bratens und sah den Kranich am Spieß, so gab sie dem Kikibio die besten Worte, dass er ihr einen Schenkel davon abschneiden möchte. Kikibio antwortete singend, ihr kriegt ihn nicht, Donnerbrunetta, ihr kriegt ihn nicht von mir. Darüber wurde denn das Dirnchen ganz zornig und sagte, »Nun, so wahr wie Gott lebt, gibst du mir nicht einen Schenkel, so kriegst du von mir nicht das Mindeste, wozu auch immer du Lust haben magst.« Am Ende löste Kikibio, um sein Mädchen nicht böse zu machen, wirklich einen Schenkel ab und gab ihn ihr. Als indes dem Kurade und seinen paar Gästen der Kranich mit einem Schenkel vorgesetzt ward, ließ jener voll Erstaunen den Kikibio rufen und fragte ihn, was mit dem anderen Schenkel geworden sei. Der lügenhafte Venezianer antwortete sogleich, »Hä? Die Kraniche haben nur einen Schenkel und ein Bein.« Zornig, erwiderte Kurado, »Was zum Teufel? Sie hätten nur einen Schenkel und ein Bein?« Als ob das der erste Kranich wäre, den ich zu sehen bekomme. Kikibio aber blieb dabei und sprach, »Hä? Es ist so, wie ich es euch sage, und beliebt es euch, so werde ich es euch an den lebendigen Zeiten.« Kurado wollte mit Rücksicht auf die Fremden, die er bei sich hatte, den Wortwechsel nicht weiter fortsetzen, darum antwortete er, »Weil du denn sagst, dass du mir an den lebendigen Vögeln zeigen willst, was ich allerdings noch nie gesehen und von anderen gehört habe, so will ich mir morgen früh die Sache ansehen. Aber beim Leibe, Christi, das schwöre ich dir, wenn es sich anders verhält, so lasse ich dich zurichten, dass du mich dein Leben lang in schlechter Erinnerung behalten sollst.« So endete der Streit für diesen Abend. Am anderen Morgen aber erhob sich Kurado bei Tagesanbruch noch gar zornig, denn der Ärger hatte ihn nicht schlafen lassen und gebot, dass die Pferde vorgeführt würden. Dann ließ er den Kikibio auf ein Rösslein aufsitzen und ritt mit ihm nach einer Niederung, wo man am Flussufer in der Morgenfrühe Kraniche anzutreffen pflegte. Im Reiten aber sagte er, »Nun werden wir ja sehen, wer gestern gelogen hat, ich oder du.« Als Kikibio merkte, dass Kurados Zorn noch andauerte und er seiner Lügen überführt werden sollte, ritt er in der größten Angst von der Welt hinter Kurado her und wäre gern geflohen, wenn es sich hätte tun lassen. Da sich aber dazu keine Gelegenheit bot, blickte er bald vor, bald rückwärts, bald nach beiden Seiten und alles, was ihm vor die Augen kam, schien ihm auszusehen wie Kraniche, die auf zwei Beinen standen. Endlich, als sie schon in die Nähe des Flusses gelangt waren, erblickte er, früher als einer der übrigen, am Ufer wohl ein Dutzend Kraniche, die sämtlich, wie diese Vögel schlafend zu tun pflegen, auf einem Beine standen. Da zeigte er sich schleunigst dem Messer Kurado und rief, »Herr, nun könnt ihr deutlich erkennen, dass ich euch gestern Abend die Wahrheit gesagt habe, wenn ich behauptete, die Kraniche hätten nur einen Schenkel und ein Bein. Seht nur die alle, die dort stehen.« Als Kurado sie gewahr wurde, sagte er, »Warte nur, ich will dir schon zeigen, dass sie ihrer Zweier haben.« Und indem er ein wenig näher heranritt, rief er, »Ho, ho!« Aufgeschreckt durch diesen Ruf, ließen die Kraniche alsbald den anderen Fuß nieder und flogen nach wenigen Schritten alle davon. Da wandte sich Kurado zu Kiki Bio und sprach, »Nun, du Naschmaul, was meinst du jetzt?« »Glaubst du nun, dass sie zwei Beine haben?« Kiki Bio war ganz bestürzt und ohne selbst zu wissen, woher ihm die Antwort zu fiel, entgegnete er, »Freilich, Herr, freilich!« »Aber dem Kranich von gestern habt ihr nicht hoho zugerufen, denn hättet ihr das getan, hätte er sicher das andere Bein ebenso ausgestreckt wie vorhin diese hier.« Dem Kurado ergötzte diese Antwort so sehr, dass all sein Zorn sich in Scherz und Lache verkehrte und er antwortete, »Kiki Bio, du hast recht. Das hätte ich freilich tun sollen.« So also entging Kiki Bio durch eine schnelle und scherzhafte Erwiderung dem Unheil und wendete den Zorn des Herrn von sich ab.